Hallo Freunde! Willkommen zurück bei Minecraft! Es fängt natürlich erst mal an zu lecken, aber jetzt ist es nicht gut. Und da sind noch mehr Gänge. Dieser Heison ist übrigens auch dabei. Ja, hallo. Komm auch gleich am Server drauf. Die Folge, die ich hier nehme ich noch alleine, auch gleich wieder mitmachen. Jetzt eben auch aufnehmen. Zombie! So, der ist tot. Kackel an die Wand. Da ist Kohle unterm Wasser gepackt. Nicht. Und... Eisenstoffe. Kackel, kackel. 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 Darm. Kackel. 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 Darm ist. das ist ist ja auch ich wollte ich bin gar nicht davon dann kann da hochgeschlagen war auf einmal schon drüber Da war ich schon. Das ist ja kühlig, ich bin jetzt gerade. Ah, das ist nur 20. Kein Gang da unten. Eine Hexe. Äh, vergifte mich nicht, du, zwei. Zwei Hexen. Das verlier ich nicht. Scheiße, keine Feine mehr. So. Der hat mich gerade mit einem Schlag getötet. Oh. Du bist tot? Ja. Ich geh jetzt gucken, ob ich meine Sachen wiederfindet. Das muss ich über den Weg dahin finden. Und ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Schein sehen. Ja, ich hatte drei Emirates, meine auf Level 30 entscheidende Spitzsacke. Oh. Hm, da geht ja ein Schlag. Ich war zwar vergiftet, aber ich hatte noch eigentlich recht viel Leben. Ich hab mich nicht mehr berührt. Ha. Ein Schiss tötet die nicht. Die macht dich ja nur auf ein halbes Herz daumen. Ja, ich weiß. Aber ich hatte noch mehr als ein halbes Herz. Da kommt natürlich erst ein Skledding mit einer Enchanted-Bogen. Ich hab' den Schuss oder so draufhauen. Oder Schlag, wenn das sich scheiße. Hat das den Bogen gedroppt? Mein Minecraft crashed gerade die ganze Zeit. Keine Ahnung, warum. Wie, ich hab' gerade einen entschadeten Bogen bekommen. Mit Power 2. Ja, so einen hab' ich auch bekommen. Die sind echt da... Ich hoffe, dass ich rechtzeitig zu meinen Sachen komme. Uff, es ist wahrscheinlich schwer wird, da ich den Weg nicht kenne. Hm. Ich bin fast tot. Ich hab' noch drei Herzen. Läuft nicht so bei dir. Nein, gerade nicht wirklich. Wär das scheiße, wenn die Spitzsacke jetzt weg ist. Hm. Hm. Wie war er vertraubt? Ja. Jetzt haben wir zu geilen Sachen drauf. Hm, man hat ein Rekingswein. Ich muss zu essen. Nein, ich hab' natürlich nichts zu essen hier. Hm. Okay, das mit dem 256 Ziegertäte, das habe ich jetzt ausgenommen. Gut. 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 Raus noch mal, dass ich die durchliegen will. Ich tue hier jetzt schlechter die Künge bilden. Wahrscheinlich werde ich am Ende verhungern. Das, ich seh's schon kommen. Hm. Ich werde die Sachen wahrscheinlich eh nicht mehr erreichen. Irgendwann, das sei es, die die Sporn. Yay. Oh. Äh, Alter, dieser Weg ist viel zu lang. Äh, Alter, dieser Weg ist viel zu lang. Ah, da hinten ist der Ausgang aus diesem Scheiß Tunnel, jetzt gleich bin ich erst mal am Eingang meiner Mine. Darf ich dir, denn darf ich den Weg erst mal finden? Wie ich das schaffe, ich glaube nicht dran. Na gut, werde ich das erst mal, dass ich in der Mine so verreckt bin, dass ich meine Sachen nicht mehr bekommen habe. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Yay. Hopps. Das war nicht geplant. Sicher. So, war das voll komisch. Ist das auch geplant, dass du wieder raus fliegst. Magie. Jetzt probiere ich mal mit dem 128er Pack. Mach ich das mal. Sonst hab ich mal mit dem 32er Pack gespielt. ich stehe so habe ich gerade ein paar Prozent der Kronos dann haben wir spielen das ist der für die Variante mit der ja wollte das gespielt in der Wiener vorhanden steht natürlich Klee beim Weg die Pisser verziehlich wo ist er, wo ist er, wo ist er na gut jetzt hat er sich hochgejagt so ich weiß ungefähr wie ich lang muss ich hatte ihn ja letztens nur zum Glück durch eine Abkürzung gefunden so nein, nein, hier hab ich verlaufen da oben nur schnell die Steine kaputt schlagen ich weiß es nicht ich glaub ich hab's geschafft ne ich bin zu achso, jetzt verhungere ich natürlich komm hoch mit dir kann man durch Hunger sterben? nein nein ich hab schon 5 Diamantblöcke das ist schön das ist das ist das ist das ist und das ist das ist das ist der folge nur nicht passiert das kann uns Glitter schossen meine Diamanten sind geklaut worden oder auch nicht, ne, der hat wieder jemand da aufgereiht ja, das war ich hin mein Holz, ah, jetzt müsste ich mir erstmal Holz holen so mein Scheiß ja, super, mein Level ist natürlich jetzt auch wieder 0 oh, Hilfe, Hilfe was, du wolltest? ne, meine Kiste hab ich wollte ha, das sieht so geil aus Moment, jetzt so 6 Hexe warte, ich tue noch schon mein Eisencabbing da ist uns gelebt, Hilfe Töte ist ein Pussel ja, mit der Hand oder was? ja, natürlich, hab ich auch ne hm, was Essen mitnehmen wäre wahrscheinlich eine gute Getüte, ne, ja, kein Bock ich push dich lass den Scheiß du Hacker ey, keine Bäume aufpflanzen hm ich brauche Holz ich brauche Holz alles auf mit der Scheiße? ich kann dir doch aus meiner Natur was geben äh äh du gibier den Scheiß und die brauchst du? hier und die brauchst du? alles alles hier komm, das mach ich einfach mal so Ich habe keinen Bock mehr groß, was zu machen. Ich nehme jetzt ein Holzschwert mit. Läuft. Ja. Das war Fehler, was wir jetzt abbauen. Du hast mich schon oft genug geschlagen. Ja, aber nicht zu Tode. Habe ich auch noch nie mit dir gemacht. Doch. Nein, ich bin nicht tot geschlagen. Das kannst du nicht beweisen. Ich habe Zeugen. Ich habe keinen Guter. Ich habe dich nie getötet. Doch, hast du. Nein. Du bist böse. Du bist ja auch nicht zu seiner Tode. Ich spiele die Steine mit. Freut mich, ist sie gleich noch zu Ende. Das war mal wieder eine superproduktive. Ja, richtigproduktive Folge hier. Gestorben und Zeug verloren. Ich glaube, ich hatte ein paar Stacks Kohle dabei. Drei Emeralds. Und ein Stack Eisen. Passiert. Also du wirst, ob die Emeralds war eigentlich nichts Wertvolles dabei. Außer halt mit einer Spitzhacke, die komplett in Schandler und auch fast nichts gemacht hätte. Das muss doch zwei Hexen auf einmal ankommen. So, wenn du gleich die Folge, dann stoße ich zu der zweiten gleich dazu. Ich frage mich, ob ich hier überhaupt jemals den Punkt wieder finden wäre, wo ich jetzt gestorben bin vorhin. Das ist hier die Frage, ne? Wahrscheinlich schon so in der nächsten Folge und da lege ich mich nicht mehr auf. So, da würde ich sagen, jetzt bin ich wieder fast in meiner Linie drin, wenn ich mal hier die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, was wahrscheinlich so in einer Stunde ist, weil ich noch nicht die nächste Folge. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.